So, wir sind in Folge 5. Diesmal weiß ich das auch. Letztes Mal habe ich gesagt Folge 3, obwohl es Folge 4 war. Also dementsprechend jetzt Folge 5. Also Folge 5 von Figur betont. Viel Spaß. Jo, hallo, hallo, hallo an alle Zuhörer dort draußen. Ja, super. Und hallo Janis. Ich habe keine Alex-Geschichte, aber ich möchte Alex trotzdem erwähnen. Alex hat die Musik gemacht. So, jetzt ist es raus. Du ziehst es durch, oder? Ich muss es durchziehen. Ja, aber Janine hat da die großartige Logo gemacht. So, das möchte ich auch nochmal erwähnen. Das kann man auch immer wieder erwähnen. Das finde ich auch richtig. Das Logo ist Bombe. Das ist mega geil. Ich finde das richtig gut. Und ich freue mich so auf dieses Thema, weil wir interessanterweise uns nicht geeinigt haben, welches Thema wir machen. Wir sind quasi, wir haben uns getrennt mit, wir könnten darüber reden oder wir könnten darüber reden oder über darüber. Und ich bin nach Hause gefahren und habe immer mehr angefangen, mich auf ein Thema zu konzentrieren. Bin heute hierher gekommen und war sehr froh, dass es auch tatsächlich das Thema wird. Ja. Ja, das bin ich auch. Merkt ihr, wie ich absichtlich nicht erwähne, welche anderen Themen es sind? Die müssen ja nächstes Mal deine Überraschung sein. Aber heute besprechen wir Fortsetzungen. Fortsetzungen. Wollen wir kurz erzählen, wie das wirklich war? Ich stand hier, hatte schon alles aufgebaut. Ja, das stimmt. Du kamst rein und guckst es mich mit riesigen Augen an und sagtest, Marc, das Thema ist heute Fortsetzungen, oder? Und ich so, äh, ja, oder nicht? Mach mir nicht schwach, sag, welches Thema das ist. Ich habe mir die ganze Zeit nur Gedanken über Fortsetzungen gemacht. Ja, das ist schön. Das war super. Aber als allererstes möchte ich anfangen mit zwei Sachen, nachdem du dich schon berichtigt hast mit, letztes Mal hast du gesagt, das ist Folge 3, obwohl es Folge 4 war. Wir haben den großen Fehler gemacht, ich weiß nicht, war das in Folge 3 oder in Folge 2, wo wir über Poor Things geredet haben, dass wir uns das angucken wollen, weil es das ja bei Disney Plus kommt, ja. Und wir haben gesagt, dass Christopher Walker mitspielt, das stimmt nicht, das ist Willem Defoe, wir haben sie ineinander gebrochen. Ich habe Poor Things nämlich gestern gesehen. Ist der schon da? Der ist schon da. Nein. Ich schwöre. Und der lohnt sich. Ich finde den hervorragend. Ich habe sowas lange nicht mehr gesehen. Warum habe ich den denn noch nicht geguckt? Hat überhaupt nichts mit Nerdkram zu tun. Nee. Außer dass Mark Ruffalo mitspielt und einfach grandios geil spielt. Und der Film ist halt so ein bisschen, der ist so ein bisschen strange. Ja. Aber der macht wahnsinnig viel Spaß. Ja. Und Emma Stone ist der Hammer. Ja, sie hat zu Recht Oscar gewonnen offensichtlich. Völlig, völlig zu Recht. Ja. Also wirklich echt richtig gut. Guck dir das an, das ist keine leichte Kost. Du, ich will den auf jeden Fall unbedingt sehen. Und dann reden wir da nochmal drüber. Ja. Da ist Willem Defoe, ist auch geil. Mein Problem am Wochenende war tatsächlich, ich habe mir Baldur's Gate 3 geholt. Tschüss Privatleben. Ja, tatsächlich ist es so, ja. Ich habe wirklich durchgehend Baldur's Gate 3 gespielt. Das ist ja toll. Ja, ich bin da total im Thema. Da müssen wir unbedingt demnächst mal drüber sprechen. Weil ich da ja auch so gut im Thema bin. Indirekt schon, weil das beruht ja komplett auf dem D&D-Regelwerk. Und das ist ja komplett Rollenspiel-Style. Ich habe auch irgendeinen Teil gespielt damals. Wahrscheinlich eins oder zwei. Und ich hatte auch Freude daran. Ja, das ist geil. Aber ich kann mich an nichts erinnern. Da wird auch immer gewürfelt und so. Und man hört bei zwischendurch auch im Hintergrund die Würfel rollen. Ja. Weil es ja auch einen Spielleiter gibt quasi. Das ist ja total geil. Ja, du hörst die Würfel und dann auf einmal ploppt dann oben irgendwie auf, keine Ahnung, Wahrnehmung, nicht bestanden oder so. Oh Gott, das tönt mich an. Und du weißt dann gar nicht warum. Und auf einmal passiert eine Scheiße. Du bleibst dann stehen mit deiner Gruppe und denkst so, fuck, was hätte ich jetzt Geiles gefunden? Wenn ich doch nur einen Punkt mehr auf dieses Attribut gegeben hätte. Ich habe Bart's Tale, habe ich gespielt. Bart's Tale habe ich auch. Ja, das habe ich sogar. Bart's Tale. Ja, drei Teile habe ich gespielt. Genau. Und den letzten Teil, den es gab, den gibt es sogar auf dem Smartphone. Und ich glaube sogar kostenlos. Ist auch ein deutsches Spiel, oder? Nicht, dass ich wüsste. Nee? Ich glaube nicht, nee. Aber ich bin, nee, ich glaube nicht. Bin mir gerade nicht sicher. Nee, ich bin eigentlich sicher, dass es das nicht ist. Aber es ist scheißegal, wenn es das auf dem Handy gibt. Ja, das gibt es. Warum habe ich das denn noch nicht? Also das hatte ich früher mal auf dem Smartphone tatsächlich. Das hat mir echt scheiße viel Freude gemacht. Ich weiß nicht, ob es heute noch so wäre, aber ich habe das immer, mit meinem Kumpel gespielt. Und wir hatten echt Spaß. Wir hatten wirklich Spaß. Wir haben stundenlang da drin rumgeeiert. Ja, ja. In diesen Dungeons. Das war echt ganz gut. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Ist ja egal. Ich bin ein alter Mann. Ich habe schon meinen Faden verloren. Naja, du hast Pure Things gesehen. Der ist geil, der Film. Der ist geil, ja. Ich finde die geil. Das ist sicherlich nicht für jedermann. Es ist schon so ein bisschen speziell. Ähm, aber der, der, der ist einfach, also die Bilder sind geil. Du, dann lass uns doch in der nächsten Folge am Anfang ein bisschen über den Film quatschen. Finde ich gut. Weil bis dahin habe ich den dann auch gesehen. Finde ich gut. Es wird dafür niemals Figuren geben. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, und das ist, das ist, das ist auch so ein Punkt, der mich richtig nervt an manchen Dingen. Also, es ist keine Figuren dafür gibt. Ja, hast du, vor allen Dingen immer dann, wenn ich Dinge entdecke. Ja, ich weiß. Ich weiß nicht, ob es, dass viele draußen, wenn die das hören, werden das jetzt auch nachvollziehen können. Und ich weiß, dass du das auch kannst. Immer, wenn ich irgendwas entdecke, was vielleicht schon, also Pure Things ist jetzt ganz neu, aber was vielleicht schon ein bisschen länger draußen ist, dann gucke ich das. Und das erste, was ich dann danach mache, ist, ich gucke, ob es Figuren dazu gibt. Und oft nicht. Oder nicht mehr. Und das, das nervt mich dann total. Hast du mitbekommen, apropos Figuren, dass McFarlane Toys die Music Maniacs wieder raushaut, ausholt. Wie bitte? Ja. Echt? Und zwar angefangen mit Alice Cooper. Ach komm. Und mit Ozzy Osbourne. Aber beweglicher, oder? Die sind ein bisschen beweglicher. Ja, ich dachte auch erst, dass es so wieder so Statuen sind. Und, aber die sind diesmal beweglich. Und das, das turnt mich schon wieder ein bisschen an. So, und da bin ich sehr gespannt, was da jetzt demnächst noch kommt. Ich hoffe, dass McFarlane mal wieder eine Reihe ein bisschen länger durchzieht. So wie mit den DC Multiverse, was ja momentan so ein bisschen das Zugpferd des Labels ist. Damit hätte ich nie gerechnet, das muss ich kurz mal sagen. Ich hatte nicht gedacht, dass er mit DC Multiverse so abgehen würde. Haben wir damals aber auch gesagt, wie wir die ersten ausgepackt haben. Also wir haben anfangs gedacht, ich weiß es noch, wir haben es ausgepackt und da haben wir gesagt, das wird abgehen. Ja, ja, ja. Und dann hatten wir aber mittlerweile zwischendurch das Gefühl, nee, ich glaube nicht. Also wenn du jetzt nicht aufhörst, immer nur Batman-Figuren rauszubringen, glaube ich, wird schwierig. Und dann auf einmal hat er einen Schalter umgelegt und hat unglaubliche Figuren rausgebracht. Also wirklich auch krasse Figuren, die du vorher nicht gesehen hast. Und ich war jetzt ja, nee, wir waren beide ja nicht so Riesenfans von den Filmfiguren, die er gemacht hat. Also jetzt, ich erinnere mich an Suicide Squad, Idris Elba, Bloodsport. Ich glaube, da haben wir in der Cave immer noch bestimmt 50 Stück von. Ja, die sahen auch einfach nicht so gut aus. Also jetzt, gut, Margot Robbie war okay. Das Beste an dieser Figurenreihe aus dem Film war der Buff, der nochmal als Extrafigur gekauft hat. Grandiöser Buff, habe ich gerade wieder einen fertig gemacht. Der King Shark Buck. Der ist so hübsch. Vor allem habe ich ihn stehen neben meinem anderen DC Multiverse von Mattel, King Shark, der ein bisschen heftiger aussieht. Das heißt, ich habe so eine kleine Hai-Rotte, habe ich stehen. Einer ist total freundlich, das ist der Suicide Squad, der so ein bisschen chubby ist und der winkt und lacht. Und die anderen, dann habe ich den mit dem Hammerhead, habe ich hingestellt und ich habe noch den mit dem normalen Hai-Kopf. Diese wahnsinnigen Ripped Shredded Guys, die schreien einfach nur. Und daneben steht dann der Liebe und macht so. Ja, ja. Das ist auch so ein bisschen, wenn du die nebeneinander stehen hast, so ein Jojo-Effekt, oder? Du stehst erst einen Shredded, dann stehst du den Dicken dazwischen und am Ende nochmal einen Shredded. Vorher, nachher, vorher. Aber der letzte von Mattel ist ja, der ist ja auch total Muscle Beach. Der ist so brutal. Der ist richtig krass. Der ist brutal, aber so geil modelliert. Also, guckt mal im Internet nach DC Multiverse von Mattel, King Shark. King Shark, ja. Dann vergleicht mal. Oder ist es Killer Shark? Nee, King Shark. King Shark, ja, ja, ja. Und dann vergleicht mal. Viel Spaß. Es sind zwei richtig, es sind beides geile Figuren. Ja. Gute Figur ist eine gute Figur, aber ey, wenn ihr so ein bisschen auf Shredded und Metal steht, dann glaube ich, ist die Mattel-Version das, was ihr suchen solltet. Ja, und mit dem Fortsetzen der Reihe, was ich eben gesagt habe, zu den Music Maniacs, sind wir auch quasi schon im Thema, ne? Thema Fortsetzung. Fortsetzung. Ja, Fortsetzung. Nicht immer gut. Meistens eher nicht. Meistens eher nicht. Meistens und manchmal fragt man sich, war das nötig? Ja. Und ich habe echt, ich habe wirklich nachgedacht. Ich habe gedacht, welche, was funktioniert und worüber ich echt froh bin. und was nämlich eine der Ideen war, worüber wir heute noch reden können, war glaube ich Remakes. Ja. Jetzt habe ich das auch mal rausgehauen, aber darüber werden wir auch mal reden. Remakes. Das können wir direkt da mit reinsetzen, weil ich, also du meinst so Reboots, ne? Ja, genau das meine ich. Genau das meine ich. Also jetzt, ich habe nichts darüber gehört, nichts gesehen, aber The Crow möchte ich mal in den Raum stellen und die Frage stellen, war das nötig? Selbst, ich habe es nicht mal gesehen, vielleicht ist der sogar ganz anständig, der neue Film, ich weiß es nicht. Tatsächlich war bei The Crow, wie ich damals die Ankündigung, das ist ja schon, also das ist ja eine Riesenstory, also den wollten sie ja seit zehn Jahren schon neu machen und das ging ja dann durch tausend Hände und mittlerweile ist es so, dass die jetzige Version, die es jetzt wirklich ins Kino schafft, gar nichts mehr mit der ursprünglichen Fortsetzung zu tun hat, tatsächlich, sondern das komplette Drehbuch neu geschrieben wurde, auch von einer anderen, von jemand anders. Das ist eine Fortsetzung, tatsächlich, es ist nicht nochmal Reboot, also doch, ja. Es ist ein Reboot, aber es hat nichts mehr mit der ursprünglichen Reboot-Idee zu tun und mittlerweile ist ein komplett anderes Studio, komplett anderes Drehbuch und komplett anderer Regisseur, wie ursprünglich mal gedacht. Das ist immer ein gutes Zeichen. Ja. Ja und nein. Ich habe ein bisschen Hoffnung, weil Skarska spielt, die Hauptrolle. Ja, das stimmt. Ich muss sagen, mich hat der Trailer auch tatsächlich auch abgeholt. Oh, tatsächlich, ich habe den Trailer gar nicht gesehen, ich habe es nur davon gehört, ich hänge mich da nur an was dran, was ich nur aus zweiter Hand habe. Aber tatsächlich ist, also nochmal von vorne, The Crow habe ich vor, wie ich das erste Bild gesehen habe, vor einem Jahr oder so, von Skarska in diesem Make-up, da habe ich gedacht, brauchen wir das wirklich, so. Ja, das ist tatsächlich meine Einstellung. Ja. Und dann habe ich jetzt den Trailer gesehen und habe darüber nachgedacht und habe gedacht, so okay, vielleicht bei The Crow ja, und zwar aus folgendem Grund. Das ist ja eine Comic-Adaption. The Crow ist ja ursprünglich ein Comic gewesen. Ja, ja, klar. Und der ist ja schon 30 Jahre alt oder so. Das stimmt. Ja. Jetzt nimm mal den heute, also nimm mal den, erst den alten The Crow-Film, weil ich habe so viele Kommentare gelesen, ah, Brandon Lee ist der einzige wahre, bla bla bla. Ja. Ja, da interessiert sich aber heute niemand mehr für. Geh mal auf die Straße und spreche mal einen 20-Jährigen auf Brandon Lee an. Ja, aber das kannst du ja zu allem sagen. Ja. Ja, 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 ja. Das ist richtig. Nee, verstehe. Pass auf. Aber, und jetzt ist nämlich genau der Punkt, wenn ich ein so altes, ich will es nicht mal Franchise nennen, aber ich sage jetzt mal Franchise nehme und sage, ey, weißt du, ich sage jetzt zu unseren Aushilfen, ey, guck dir mal The Crow an, total geiler Film. Der guckt sich den an und findet den total scheiße. Warum? Weil der aus heutiger Sicht, was die Effekte und alles angeht, der ist gut gespielt und alles und so und der ist aber, der ist natürlich physische Effekte und sowas, alles geil, aber den kannst du halt heute einem 20-Jährigen nicht mehr vor die Nase setzen, den Film, glaube ich. Also den größten Teil der Leute nicht mehr. Ja, aber das ist ein ähnliches Argument wie Robocop, ne? Wenn du sagst, so und das Remake, das war echt Bullshit. Ja, genau. Und das ist jetzt genau der Punkt, ähm, oder meiner Meinung nach, ist ein Reboot dann sinnvoll, wenn die Grundstory richtig geil ist, ne? Was ja bei The Crow ist, The Crow ist ja per se eine super Geschichte. So, das ist ja ein Liebesdrama eigentlich. Ja. So gepaart mit viel Gewalt und sowas und wenn du die Geschichte nimmst und sie mit der heutigen Art zu inszenieren und so gut erzählst und gute Schauspiele hast und ein gutes Drehbuch hast dazu, dann ist das meiner Meinung nach vollkommen in Ordnung, wenn du ein Reboot machst, was wirklich dann geil ist für die heutige, für die, für die jüngere Zielgruppe und so weiter, um denen einfach das mal, also es wird sich niemanden The Crow Comic kaufen irgendwie, deswegen, das ist illusionär. Aber ich finde, dann ist das okay. Nur ist es leider so, und jetzt komme ich genau auf deinen Punkt zu sprechen und auf die Skepsis auch, die ich ja auch in mir trage nach wie vor. Also, meistens ist es scheiße. Ja, und wir sind jetzt auch, wir sind jetzt bei Reboot, wir wollten eigentlich über Fortsetzungen reden. Ja, aber wir sind zu tief da jetzt drin. Da kommen wir schon zu, keine Sorge. Es geht ja nicht um Reboots jetzt. Es geht nur darum, also ich meine, man kann anhand von diesem kurzen Ausschnitt über The Crow kann man schon merken, wie wir zu Reboots stehen im Großen und Ganzen. Aber ich rede jetzt von Fortsetzungen, also ich wollte mal von Fortsetzungen reden, aber es gibt ja auch so Fortsetzungen von Filmen, da war der letzte Teil irgendwann 1994 und auf einmal 2024 gibt es nochmal eine neue Fortsetzung. Und es gibt nicht viele Filmserien, das möchte ich auch mal sagen, wo der zweite Teil geiler ist als der erste. Meistens eher nicht. Fällt dir spontan einer ein? Star Wars hat einen ganz soliden zweiten Teil, Empire Strikes Back, wie ich finde. Okay, da muss ich aber auch dazu sagen, dass bei Star Wars das ja direkt geplant war, dass alle zwei Jahre ein neuer Film kommt. Ja, aber das ändert ja nichts daran, das ist ja trotzdem eine Fortsetzung. Ich finde zum Beispiel auch Zurück in die Zukunft ist fantastisch. Der zweite Teil funktioniert gut und der dritte funktioniert auch, aber ich habe ja auch gehört, die haben die Back-to-Back gedreht quasi, die zweiten und dritten. Gleich hintereinander, was auch super ist, worauf ich möchte auch schon ein bisschen vorgreifen und einfach sagen, ich finde es manchmal schön, wenn Sachen auch einfach zu Ende sind und wenn das nicht mehr angetatscht wird. Weißt du, ich habe auch... Aber ganz kurz noch, der guter zweiter Teil noch Aliens. Das wollte ich nämlich genau gerade sagen. Das wusste ich, aber das hat auch einen Grund, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Genau, Aliens und Alien und Aliens, ist ja der zweite Teil, das S mit hinten dran, weil es mehr sind, das ist auch super kreativ. Eigentlich super, ne? Ja, es sind mehr. Aliens. Ja, und im Deutschen hat er ja noch den Untertitel, die Rückkehr. Die Rückkehr der mehreren Aliense. Das ist zum Beispiel auch so eine Reihe, wo es immer, also eins und zwei, da kannst du nicht per se sagen, der ist jetzt besser als der oder so, weil es zwei unterschiedliche Arten von Filmen sind. Und das ist eben das Gute in dieser Fortsetzung. Es ist, du hast, ich glaube, was wichtig ist, wann für mich Fortsetzungen gut funktionieren ist, wenn du ein Universum hast. Ja. Wenn es nicht darum geht, wir folgen bestimmten Personen, also es muss nicht unbedingt sein, sondern du hast ein großes Universum, in dem Dinge passieren können. Darum, für mich zum Beispiel, ist Ghostbusters Fortsetzung einfach Quatsch. Für mich ist es Quatsch. Nach dem zweiten Teil meinst du? Nach dem zweiten Teil waren eigentlich weitere Folgen nicht mehr nötig. Also sie hatten ja versucht, mit dem 2016er da, mit den Mädels, das irgendwie nochmal wieder zu rebooten sozusagen, mit irgendwie so ein bisschen mehr oder weniger, mit so ein bisschen Anlehnung. Das ist ja komplett in die Grütze gegangen, was aber auch daran lag, dass es einfach furchtbar war. Es war einfach, es war einfach nicht, dabei hatten sie so gute Mädels am Start. Also das ist, was ich nicht verstehe. Soll ich dir sagen, warum ich der Meinung bin, dass ein Alien-Fortsetzung, ist ja jetzt auch gerade Thema, der Teaser zu Romulus kam ja gerade. Ja, Romulus, der spielen soll zwischen dem ersten und dem… 20 Jahre nach dem ersten und 30 Jahre vor dem zweiten. Warum das, warum bei Alien das für mich funktioniert und bei Ghostbusters nicht, liegt daran, weil sie bei Alien von Anfang an… klar, die Schauspieler waren alle geil. Also gerade im ersten Teil fantastisch. Sigourney Weaver im ersten, zweiten, perfekt. Aber trotzdem drehte sich das von Anfang an per se nicht um die Menschen, sondern um die Sache an sich. Das ist, was ich meine. Genau. Das ist, was ich meine. Ich weiß, dass du das meintest, ich wollte es nochmal für die Zuhörer erklären, weil ich weiß, wie du das meinst, weil bei Ghostbusters nämlich genau andersrum ist. Bei Ghostbusters drehte sich das von vornherein um die Jungs. Die Gang, ja. Und dann ist halt in dem Moment, in dem Harold Ramis nicht mehr dabei ist, den ich echt hart liebe, Spengler, interessiert mich das nicht mehr. Ob da jetzt irgendwelche Kids rumrennen, selbst Paul Rudd, den ich auch hart verehre und liebe, holt mich nicht zurück ins Franchise. Weil das Franchise einfach, das ist so hart an den, und ich liebe auch Bill Murray, ne? Es ist einer meiner All-Time-Favorite-Superhelden. Ich bin übrigens überrascht, dass Bill Murray das überhaupt macht. Ja. Ehrlich gesagt. Ja, das hat man sich immer gefragt. Er hatte immer, das ist total lustig, weil du, weil es ja immer das Gespräch gab, nach dem zweiten gibt es nochmal einen Teil. Also, und die haben das echt über Jahre, Jahrzehnte, und Bill Murray hat sich einen Spaß daraus gemacht. Er hat jetzt dann bei irgendwelchen MTV Awards, ist er in dem Kostüm aufgetaucht, und dann ist ja auch so, dass Dan Aykroyd immer wieder gesagt hat, ja, es gibt einen in der Mache. Er hatte ein Drehbuch fertig für den dritten Teil. Er wurde nicht müde, davon zu reden. Er hat immer alles versucht. Das Problem war, dass Ramis und Mary hatten sich zerstritten. Bestimmt. Und deswegen gab es nie eine Fortsetzung, also eine Fortsetzung der Story mit den Jungs. Genau. Aber das ist halt der Punkt, warum zum Beispiel dieses Reboot nicht funktioniert hat. Ja. Ja. Was ja per se keine Fortsetzung war. Die Fortsetzung ist ja jetzt erst mit den Kids. Genau, ja. Aber das hat ja gar nicht funktioniert, weil die Zuschauer oder die Liebhaber von Ghostbusters, die Fans, die waren halt nicht Fans der Geister oder der Story per se, sondern der Schauspieler und der Charaktere. Ja, ja, genau. Fans der Charaktere. Und bei Star Wars haben sie es halt geschafft, das Universum so zu erweitern, dass es mich jetzt nicht nur interessiert, was mit Luke Skywalker abgeht, sondern auch mit dem ganzen Universum, was da zusammenhängt. Deswegen funktioniert Endor und Mandalorian und sowas, funktioniert halt, weil das Universum und das Ganze drumherum einfach geil ist. Genau, und darum ist es bei Indiana Jones zum Beispiel so schwierig. Da ist übrigens auch ein sehr starker zweiter Teil, möchte ich sagen. Oh, Indiana Jones 1, 2 und 3 für mich nach wie vor mit das Beste in dieser Art. Und hätte gereicht. In meiner Welt hätte das absolut gereicht. Die 3 und dann tschüss. Bei 4, gut, mittlerweile sehe ich den 4. nicht mehr so hart kritisch wie damals, wo er rauskam. Da habe ich den echt scheiße gefunden. Hat er mir nicht gefallen. Ich hatte den jetzt irgendwann nochmal gesehen. Das Ende ist natürlich Hanebüchener Quatsch. Aber, also noch mehr als sonst eigentlich. Aber, ja, weil dieses Alien-Ding da mit reinzubringen, fand ich so beschissen. Das fand ich so doof. Weißt du so, dieses Ganze mit, so bleib doch auf der Erde. Warum müsst ihr jetzt irgendwas von außen unternehmen? Es gibt doch genug Verschwörungstheorien. Nimm doch da irgendwas. Hol von mir aus einen Echsenmenschen aus einer Höhle raus. Aber, weißt du so. Hollow Earth. Ja, irgendwie so. Hole Erde, ja, wunderbar. So, aber das, nein, egal. Nee, aber da hast du vollkommen recht mit. Also, wenn das Universum gut ist, kann auch die Fortsetzung gut sein. Ganz genau. Wo das nicht ganz so gut funktioniert, ist bei Terminator, ist mir aufgefallen. Der zweite geht. Der zweite ist noch super. Der zweite geht, aber dann haben sie irgendwie den Faden verloren. Und da hätten sie eigentlich auch die Chance gehabt, weil das Universum eigentlich sehr stark ist. Es gab ja auch die Serie, erinnere ich mich. Es kam erst mal ein paar Jahre später der dritte. Ja. Das war schon so ein Ding, was von Anfang an nicht so wirklich geplant war. Ja. Der dann ein paar Jahre später, damit wollten sie das nochmal zum Leben erwecken. Ja. Der war dann auch noch okay. Tatsächlich war der okay, ne? Damals warst du so, oh Gott, scheiße. Und heute guckst du drauf und bist so, naja, so scheiße ist ja nicht, aber hauptsächlich, weil du weißt, was für Scheiße rauskommen könnte. Ja, im Verhältnis. Aber das, was danach kam, das war ja teilweise furchtbar. Ja. Und die Serie, die ist, ach, die ist... Die hatte Momente. Ich fand, die hatte Momente, die hatte, die Prämisse war nicht schlecht und ich mochte die Hauptdarstellerin sehr, sehr gerne diese Idee, dass sie eine... Irgendwas mit Summer heißt. Genau, Summer Glau. Ja, genau. Die ich schon ganz toll fand in, sagen wir mal, Firefly. Da war sie richtig großartig. Da waren geile Schauspieler bei Firefly, auch eine geile Serie, die die Fortsetzung verdient hätte, wenn Joss Whedden jetzt nicht alles in die Grütze geritten hätte, jetzt vielleicht sogar was gegeben, aber war wohl am Set allgemein ein bisschen schwierig. Ist ja auch egal. Jedenfalls war die Serie Firefly sehr, sehr gut. Kann ich, wenn du die noch nicht gesehen hast, die kann ich dir nur wärmsten Satz herziehen. Das ist auch so ein Punkt, ne? Es gibt echt viele Sachen, wo es keine Fortsetzung mehr gab und wo damals was irgendwie aus irgendwelchen Gründen abgebrochen wurde, aber nicht, weil es nicht beliebt war. Einfach, weil Geld gefehlt hat oder Schauspieler abgesprungen sind oder so. Das war aber alles nicht der Fall. Ich glaube, das war eine finanzielle Sache. Und die Serie ist einfach nicht gut beworben worden damals, glaube ich. Die hatte einfach kein gutes Standing und ist erst später so ein bisschen so ein Kult. Im Nachhinein, ne? Super Serie, super Serie. Wirklich, wirklich tolle, hier ganz tolle Schauspieler auch dabei. War vielleicht damals auch schwierig zu bestehen, weil es so viel gab in der Zeit, was so Sci-Fi, was so dieses, es kam ja dann plötzlich auf, jetzt müssen wir alle eine Crew machen und müssen ins All fliegen. Also nach dem Erfolg von Star Trek damals mit Next Generation und so weiter und so weiter. Achso, ja, aber Firefly war ja schon späte 90er. Also der war ja schon, das war schon lange nach Next Generation. Ja, ja, sag ich ja. Achso, meinst du, ja. Ohne Next Generation oder die Star Trek Serie damals, ich sag mal, ohne Next Generation hätte es ja danach das alles nicht mehr gegeben. Ja, das kann sein. Ich bin da nicht so hundertprozentig sicher, aber ja, also einfach Firefly ist ja auch nochmal eine andere Art von Science Fiction. Ja. Weil das auch so, es ist eher so Wilder Westen basiert so ein bisschen und die hatten einfach eine gute Idee und die hatten schöne Charaktere, also einfach gut geschriebene Sachen, schön gespielt. Also ich kann nicht dir, wirklich, ich denke, ich kann es dir immer noch angucken. Ich finde es wirklich, wirklich gut, weil es Spaß gemacht hat, dazu zu gucken. Nathan Fillion als Captain ist der Shit. Total geil. Ja, ich muss da auch nochmal wieder reingucken. Ich habe da immer nur ein paar Folgen gesehen damals. Ja, es lohnt sich wirklich, da nochmal reinzugehen. So was, aber da muss ich, also jetzt ist zu spät, für mich ist der Zug jetzt auch abgefahren. Jetzt brauchen wir es nicht mehr machen. Ja, jetzt brauchen wir es nicht mehr. Jetzt ist gut. Ja, ja. Das ist so ein bisschen das Problem, weil manchmal denke ich so, die kommen dann noch so aus der Tiefe des Raums so, du denkst, warum macht ihr das denn jetzt noch? Also, wenn ihr mir Ghostbusters den dritten Teil gegeben hättet in den 90ern, dann wäre ich total, wenn alle noch dabei gewesen wären. Alle noch ein bisschen älter, aber immer noch fit genug, um Quatsch zu machen. Ja. Hätte ich gut gefunden. Aber es ist genauso, und ich möchte jetzt hier bei Indiana Jones, ist es einfach auch so, Mensch, Harrison ist halt über 70. Ja. Muss man ja dann auch nochmal sagen und es ist nicht mehr dasselbe und du hast so einen Actionheld. Ja. Und dann hätte man sich was anderes überlegen können. Und auch da ist die Idee, es gibt ja das Franchise von Indiana Jones und da hätte man aber das machen können, was sie damals ja auch versucht haben, diese Serie, Young Indiana Jones. Kennst du Ashton Lieder? Stimmt. Young Indy oder was? Stimmt. Die Prämisse war hervorragend. Also wirklich gut. Die Umsetzung war halt so ein bisschen lahm. Ja. Also die hatten halt auch nicht viel Budget, das merkst du halt auch teilweise. Und es ist halt immer lustig, weil Indy natürlich überall auftaucht, wo irgendwas, was Klassisches gerade passiert und er trifft Truman. Stimmt. Also das ist ganz lustig so, wer dann alles rumläuft und wen er dann alles trifft. Aber die Idee finde ich halt ganz gut. Und das ist ähnlich, ging es mir auch bei Highlander zum Beispiel. Also die Filme ist so, über den zweiten Teil möchte ich gar nicht reden. Ganz schlimm. Der erste Teil war richtig geil, wobei wenn man den sich heute anguckt. Der erste war noch mit Connery, ne? Mit Connery, der zweite auch. Der zweite auch? Der zweite haben sich auch nochmal rausgeholt. Hab ich verdrängt. Das ist das Schlimmste, weil der zweite so grütze ist. Die Serie hab ich damals, die war eigentlich, also ich weiß nicht, war die gut? Ich weiß nicht, aber ich hab die damals komplett gesehen. Ich hab die irgendwie irgendwie... Nein, die war einfach, die hatten auch kaum Budget und dann sieht das halt alles so ein bisschen plünschig aus. Ja, ja, ja. So, also es ist jetzt, weißt du, jetzt wird... Aber kommt jetzt wieder, ne? Mit Cavill in der Hauptruppe. Ja, aber das kann eigentlich nur, also wenn sie es gut machen, ein bisschen Geld in die Hand nehmen, kann das eigentlich gut werden. Weil die Idee geil ist, weißt du? Dieses durch die Zeit. Ich mein, die Prämisse haben sie gleich direkt im zweiten Teil wieder durchs Fenster geschmissen, ne? So, es kann nur einen geben, aber da sind auch welche. Gott, ja. Oh Gott. Und dann in der Serie ist es natürlich auch schwierig, das zu erzählen. Also man musste dann vielleicht nochmal die Grundaussage nochmal zurecht... Hat der nicht in der Serie, in jeder Folge am Ende jemand anders den Kopf abgeschlagen? Ich hab die Serie wirklich kaum verfolgt. Ich hab immer nur reingekommen und gedacht, oh Gott, sieht das billig aus, ich bin raus. Und, 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 ich kann dir genau sagen, warum du die nicht geguckt hast, weil der Hauptdarsteller so ein 90er Nightwing Pferdeschwanz hatte. Stimmt, der sah scheiße aus. Das muss ich auch mal sagen, ne? Die 90er, die 90er-Styles. Also wirklich beschissen. Da hat er selbst He-Man einen Pferdeschwanz. Totale Scheiße. Ich find Männer mit Pferdeschwanz, da hab ich echt Probleme mit. Find ich echt schlimm. Also, also der Frisur. Die Frisur, ne? Scheiße, scheiße, jetzt ist es doch wieder, jetzt sind wir doch wieder. Ah komm, egal, egal. Ich fand schon, ich... Ach so, das hab ich mir gar nicht geschnallt. Ich war gerade im Kopf bei dem, bei dem, bei dem Tresengespräch, was du auf Insta hochgeladen hast, mit deinem Hosenfehlkauf. Ach so, ja. Und deswegen dachte ich, wir sind jetzt gerade bei Styleberatung. Ja, Styleberatung. Ne, also es war sehr beliebt, irgendwie lange Haare zu haben und dann haben sie hinten sich die Haare zusammengebunden und das ist ja wie Hair-Metal auch so ein bisschen. Diese Männer mit langen Haaren und so und heute ist es halt, heute haben sie dann diesen kleinen Dutt, oben Man-Bun irgendwie, ist auch nicht mein Style. Aber ich hab auch keine Haare, von daher. Um nochmal zurückzuspringen zu 80er-Fortsetzungen. Hast du den Trailer zu Alien Romulus gesehen, den Teaser? Äh, hab ich tatsächlich noch nicht. Hast du noch nicht gesehen? Ich hab den gesehen. Ja. Und ich war sofort wieder, sofort wieder drin. Oh geil. Also, der ist geil atmosphärisch. Gut. Der Teaser, das ist ja nur ein kurzer Teaser, eine Minute 40 oder so. Geil atmosphärisch. Und du siehst sofort, du weißt sofort, okay, das ist genau das, was ich die letzten Jahre eigentlich mich gefragt hab, wie ist das eigentlich gekommen. Ah, okay. Und zwar spielt das ja nun wirklich zwischen dem ersten und zweiten. Ja. Und, also es scheint wirklich so zu sein, dass es auf dieser Station spielt, ähm, wo sie Marines nachher hingehen. Ach du Scheiße. Wo Replay das Mädchen rauskommt. Okay, dann weißt du mal, wissen ja alle, wie es aufhört. Das ist ja wie Titanic. Das ist ja bei, bei so Spin-Offs immer so. Also, ich find Sequels auch schwierig, ich hab Prequels, meine ich, Prequels find ich echt schwierig. Meistens gehen mir Prequels echt auf den Sack. Aber weißt du, wann Prequels nerven? Sack. Eben auch, wenn sie 20 Jahre später kommen. Prequels 20 Jahre später. Ja, und das ist genau, das ist ja auch leider das, was George Lucas gemacht hat mit uns. Dann ist es per se auch eine Fortsetzung. Ne? Ja. Oh Gott, dann wird auf einmal das Original zur Fortsetzung. Äh, der Original zur Detail ist dann die Fortsetzung von dem, ja. Es ist eine kitzelige Angelegenheit, find ich. Ich find das nicht immer gut. Es kann funktionieren, aber manchmal ist es auch Grütze einfach. Also, weißt du, bei Star Wars zum Beispiel oder auch bei Star Trek, Star Trek ist auch ein sehr, oh, Star Trek ist ein super Beispiel für Fortsetzungen. Ja, und aber auch Prequels. Weißt du, wann das funktioniert? Wenn du nicht siehst, dass es eine Fortsetzung ist oder dass es ein Prequel ist, was, was 20 Jahre später gedreht wurde, du bist dann, du musst dann wirkliches durchziehen und das tun sie ja bei Star Wars Endor zum Beispiel auch, wenn in den 70ern dann ein Schaltpult ist und jemand, ich sag mal jetzt Raumbasis-Uriomäßig, da jemand einen Toaster nimmt, da ein Stück Plastik reinsteckt und sagt, das ist jetzt mein Diskettenlaufwerk, dann muss das 30 Jahre später im Prequel exakt genauso aussehen. Ansonsten funktioniert das im Kopf nicht. Ist dir bei Endor auch aufgefallen, dass die gerne Schnauzbärte tragen und Koteletten und so und das passt auch super. Die haben exakt das bei Endor auch durchgezogen, haben den ganzen Look, diese, ich weiß noch, wie wir darüber im Cave Talk gesprochen haben, über die Uniform von den Imperialen, wo so Sachen dran sind, wo du dich aus heutiger Sicht fragst, was soll denn das sein? Was ist das denn eigentlich? Warum hat er denn da so komische Stifte drin? Ach, das ist ein Datastick. Jetzt haben wir es gelernt. Das sind gar nicht Kugelschreiber, das sind gar nicht die imperialen Nerds. Und damals haben die sich einfach gedacht, ey, wir machen denen da so rot-blaue Stinger drauf. Und dann sieht das irgendwie spacig aus. So, da hat sich niemand was bei gedacht. Und dann wurde es halt 30 Jahre lang komplett zerlegt von den Fans. Jetzt wird alles erklärt. Die haben sich alles erklärt und das wurde dann übernommen und dann funktioniert das auf einmal total gut. Und du musst das wirklich dann auch so machen. Ja, das funktioniert. Aber auch bei Fortsetzung musst du es ja theoretisch auch so machen, wenn es in derselben Zeit spielen soll. Also was ich ganz geil finde, was Star Trek gemacht hat mit Strange New Worlds, ist ja die Enterprise vor Kirk. Ja. Und Kirk taucht ja auch auf und so und die nehmen sich einfach die Freiheit und sagen, wir erzählen die Geschichte ungefähr, aber alles sieht ein bisschen anders aus. Du erkennst das Design, sie haben definitiv 60er Jahre angehaucht, aber es ist trotzdem modernes Design, dass du nicht denkst, oh. Das ist jetzt die aktuelle, ne? Das ist die aktuelle, genau. Die hatten ja mit Discovery auch schon angefangen, mit For the Enterprise und so. Und das war alles sehr, sehr schick aus. Ja, genau. Und das hat so mittelprächtig funktioniert. Ich fand die Discovery-Staffel nicht schlecht, aber hat mich irgendwann verloren, weil es mich, die sind dann in die Zukunft, die waren sehr modern vor und haben dann auch noch die Enterprise gezeigt und so, weil quasi Pike als Käpt'n eingeführt wurde in der Serie. Ja. Und dann ist die Discovery durch die Zeit in die Zukunft gesprungen. Und die sind jetzt weit, weit, weit nach der Next Generation. Ach so. Also wirklich weit. Und da geht's jetzt weiter. Das heißt, die sind jetzt in einer noch ferneren Zukunft. Und ich muss sagen, das interessiert mich überhaupt nicht. Mich interessiert tatsächlich, mich interessiert Next Generation und was danach passiert. Einfach so rein von dem Zeitablauf. Und die haben es halt geschickt gemacht mit der Strange New World-Serie, weil mich das jetzt auch interessiert, wie das alles mit Pike ausgeht. Und einfach, die haben auch einfach eine gute Idee gehabt, weil sie eine starke Besatzung gemacht haben mit interessanten Charakteren. Das ist halt das, womit es steht und fällt. Und dann sind die Episoden, sind dann nicht so wichtig, wenn die, wenn die Cast, wenn der Cast geil ist. Wenn das, wenn du, wenn die Charaktere dich interessieren, wenn du wissen willst, wie es mit denen weitergeht. So, aber das Star Trek Universum interessiert mich, finde ich total super. Mag ich auch super gern. Ja. Eine Fortsetzung im Star Trek Universum, die sehr zwiegespalten ist, auch bei uns. Also, wo wir selber nicht wussten, ist das jetzt geil oder nicht, ist ja die PK-Serie gewesen. Alter, ey, die ersten zwei Staffeln PK sind totaler Dreck. Also, die zweite ist noch schlimmer als die erste. Die erste ging. Also, ich fand, die erste hat stark angefangen. Ja, fand ich auch. Und hat dann massiv abgebaut von Folge zu Folge. Absolut. Die ersten drei Folgen fand ich richtig geil. Bei der zweiten PK-Serie war es so, die fingen stark an und ich dachte, oh geil, wie kann das jetzt weitergehen? Und dann hat die so abgeschissen. Ja. Da wurde die so schlecht. Ich werde fast durchgedreht. Ich fand die so schlimm, weil ich so gedacht habe, es ist doch eigentlich nicht so schwer. Ja. Die dritte Staffel, wo sie endlich verstanden haben, was wir sehen wollten. Ich habe gehört, dass Patrick Stewart halt für die erste Staffel gesagt hat, ja, okay, wir machen das, aber nur ohne Uniform und den ganzen Kram. Ja. Und denkst du, ja, aber das ist das, was Star Trek ausmacht. Starfleet ohne Uniform. Ja. Du bist eine Oper auf deinem Land, auf deinem Anwesen und hast mit Starfleet gebrochen. Und nein, keiner will das sehen. Das ist genau der Punkt. Ich fand den Ansatz ja gut. Ja. Weil bei Star Trek ist es ja, was ich ja vorhin sagte, ist es ja auch so. Also, Star Trek hat ja beides. Ja. Es hat einmal das Universum, was funktioniert und es hat starke Charaktere immer schon gehabt. Ja. Und bei Star Trek ist es ja zum Beispiel auch so, da hat ja jeder auch seinen Lieblings-Captain und jeder seine Lieblings-Crew und so. Und deswegen, da kann man sich dann drüber austauschen. Mensch, was findest du an denen dann besser als an denen und so weiter und so weiter. Und du kannst die alle zusammenwürfeln, wenn du Bock hast. Also, du hast quasi einen Personenkult und halt einen Kult an dem Franchise an sich. Ja. So. Und dann ist es aber so, wenn du dann eine Serie machst, wie bei Picard, wo du wirklich Figuren nimmst. Und Picard, muss man nur mal sagen, ist ja neben Kirk der Captain überhaupt. Absolut. Also, den kennt ja quasi jeder. Absolut. Und jetzt nimmst du den und nimmst ihm die Uniform weg und packst den auch noch auf die Erde, auf ein Landhaus und nicht mehr an Bord eines Schiffes ins All, da kann ich schon verstehen, dass viele das erstmal richtig scheiße finden. Ja, also ich fand es bis zu einem Punkt, wenn er dann kein Captain ist und nichts mehr zu befehlen hat und dann auch vor allen Dingen auch so durch diese ganze Serie so durchtaumelt und nicht wirklich irgendwie die Zügel mal in die Hand nehmen kann, weil er halt Opa ist und irgendwie, es gab so Momente, die waren dann ganz cool. Es gab ja, er hatte zwei romulanische Angestellte, die er irgendwie gerettet hat, was total geil war, so zwei vom Geheimdienst. Ja. Die bei ihm arbeiten, ne? Total cool. Das fand ich richtig gut, ja. Die ganze Data-Idee war eigentlich auch gut. Ja. Auch, auch, dass der irgendwie Nachkommen irgendwie und dann fing es aber an, richtig abzukacken. Also, ich habe schon gekotzt, als Elnor aufgetaucht ist, dass dieser romulanische Schwertjüngling, das war schon so eine Quatsch-Idee, fand ich. Mit diesem Borg-Kubus, den sie da auseinandernehmen und so. Ja, das ging auch noch, damit kam ich auch noch klar so und das, ähm, und dann kam halt die anderen Charaktere dazu und du warst immer so, ich habe zu keiner von diesen fremden Charakteren irgendeinen Bezug, die werden jetzt neu eingeführt und dann hast du diese Jurati, die ganz komisch irgendwie ihren, unter irgendwie Einfluss, also ganz komisch, also die Verschwörungstheorie, die sie da drunter hatten, eben, dass die Romulaner das alles, weil es noch einen Geheimgrund gab, der noch geheimer war als der Geheimdienst da, das ist mir dann, das war mir too much und das hat nicht funktioniert und dann richtig abgekackt hat, als sie dann in der, auf der Welt von den ganzen Data-Androiden gelandet sind. Ja, das war dann too much. Man, ey, große Blumen, die durchs All fliegen, riesen Orchideen und, boah, ey, hat überhaupt nicht funktioniert. Im zweiten Teil fing gut an mit der Zeitreise und so und da ist irgendwas schiefgegangen und wurde dann so schnell auch so pissöde und auch einfach schlecht geschrieben und du hast auch gemerkt, so, ey, Budget habt ihr auch nicht mehr so richtig viel und dann gab es diese ganzen Flashbacks mit Picard als Kind. Oh Gott, ja, das war ganz, das war eine ganze Folge, ne? Ja, ja, und das ist ja, und dann ist es ja so, er hat mit seiner Mutter dann so riesen Problemen und dann läuft er und dann hat er eine Szene, die so traumatisch wie sie sind, ist, wo er das Haus läuft, seine Mutter ist nicht zu finden, sagt immer, Maman, 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 Maman und du denkst, oh, Picard, ey, oh, das war so schlimm, nichts gegen Trauma, nichts gegen ordentliches Trauma, so, aber ey, oh, schlimm und sein Vater dann auch noch gespielt von Gaius Balta, also der Typ der Gaius Balta in der neuen Battlestar Galactica und ich hab mich so gefreut, dass ich gehört habe, der spielt mit, der spielt sein Vater, wie geil und dann war die Rolle so, oh, schlimm, Q taucht auf, Q, was für eine geile Idee, Q taucht auf, es ist Q, aber er hat nicht mehr so viel Power, ach, das, was Q am meisten ausmacht, er ist ein gottgleiches Wesen, aber er ist nicht mehr so richtig powerful und dann ist der Vorfahrer, ja, weil er jetzt alt ist, ja, genau, und der Vorfahrer von Datas Erfinder, Nguyen Tsung ist da und das ist auch so lustig, weil Brent Spiner spielt alle seine Vorfahren immer, in allen, und Nachfahren, Vor- und Nachfahren spielt immer er und das hat auch null funktioniert, es war alles einfach so blöd und auch die Motivation war nicht klar und dann hast du dazwischen auch Rios, der in der ersten Serie eigentlich eine ganz coole Idee war, so als Kapitän, der seine ganzen, der laute Holo-Versionen von sich auf seinem Schiff hatte, die irgendwie was von ihm dargestellt haben, von seiner Psyche, was eine geile Idee ist, wo ich gedacht habe, wie geil wäre das, wenn Rios selbst, von dem du immer denkst, das ist derjenige, der der Käpt'n, der ist der Mensch, wenn das alles Hologramme gewesen wären, so sowas, weißt du, so, du denkst, das wäre doch ein geiler Twist, aber sowas gab es dann nicht, es wurde dann alles so billig und doof. Ja, aber wo hat dich die Serie dann wieder gekriegt? In der dritten, in der dritten Staffel haben sie mich gekriegt, weil sie tatsächlich dahin gegangen sind, wo es mich interessiert, also es ist wieder eine Starfleet-Geschichte gewesen und es war ein Board von einem Schiff und du hattest Besatzung und du hattest ordentliche Schiffe mit Warp-Gondeln. Warp-Gondeln ist auch so ein geiles Wort. Voll wichtig für mich, Warp-Gondeln. Ich liebe das Design von Star Trek-Schiffen. Ich verstehe aber auch, wenn Leute das total scheiße finden. Weil es so klein ist? Ja, es ist für mich, gibt es für alle, also ich habe ein total weiches Herz für Starfleet. Ich mag diese ganze Utopie, die dahinter steckt. Finde ich super. Superman ist mein Lieblings-Superheld, das sagt doch alles. Ja, das ist das, klar. Das sagt doch alles. Ja, ja, da weiß man schon Bescheid. Irgendwann reden wir mal über Superman und zwar im Detail, meine Frau. Das machen wir sehr gerne. Das ist mir so wichtig. Du, das ist, wenn du fragst jemand, was sein Lieblings-Superheld ist und du weißt mehr über ihn als beim Horoskop. Das ist dran. Das Nerd-Horoskop. Ja, das stimmt, das Nerd-Horoskop. Was ist dein Lieblings-Superheld? Ja, aber wenn du Batman geil findest, das harmoniert jetzt mit deinem Partner nicht so, dann ist er der Superman-Fan. Genau, das kann nicht gut gehen. Und wie du stehst auf den Punisher, na, das ist nicht so eine gute Idee. Jannis, ich möchte ein bisschen Werbung machen. Ja, lass uns schnell Werbung machen. Erstmal vielen Dank an unseren Partner Heo Media. Jawohl, Heo. Hurra, Heo. Genau. Heo Media. Schaut mal bei Heo auf der Homepage vorbei. Alle Informationen unten in den Shownotes, beziehungsweise wenn ihr es auf YouTube schaut oder hört, in der Videobeschreibung. Und Jannis, wir sind dieses Jahr am 14. und 15. September auf der Toyplosion. Oh ja, kannst du nochmal mit dem Stimmverzerrer machen? Oh, willst du Stimmverzerrer? Ja, kannst du das auch bei mir machen? Toyplosion. Ja. Ja, diese Effekte hier sind richtig toll. Richtig toll. Das war jetzt nicht so spektakulär, wie ich mir erwarte. Ich dachte auch die Van Gaal. Aber wir sind auf der Toyplosion. Das ist auf fast 2000 Quadratmeter die größte Toy-Veranstaltung in Deutschland. Willst du auch T-Shirts geben, meinst du? Da gibt es bestimmt T-Shirts. Das ist nämlich auch meine nächste Leidenschaft, sind auch Comic-T-Shirts. Und Kappen. Also es gibt auf jeden Fall ein Toyplosion-Shirt. Vielleicht können wir dir vorher sogar schon eins besorgen. Ja, ich würde das gut finden. Müssen wir mal sehen. Müssen wir uns mal an den Veranstalter wenden. Und Heomedia ist der Partner von der Toyplosion dieses Jahr. Und die bauen da ein mega, mega Studio auf und so. Und da wird es dann Livestreams geben und es wird tolle Dinge geben. Warte nochmal. Wie viele Quadratmeter? Das sind fast 2000. 2000? Also ich habe... Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Nach meinen Informationen sind es 1800 Quadratmeter Fläche. Ist das so groß wie das Saarland? Sagt man doch immer als Vergleich. Sagt man doch immer. Hat die Größe von Saarland. Das ist so eine Maßeinheit in Deutschland, ne? Ja, im Vergleich ist immer... Saarland ist immer ganz gerne Vergleichsgröße. Also es ist nicht ganz so groß wie Saarland. Aber fast. Es ist nicht ganz so groß wie das Saarland. Fast so groß wie NRW. Die zweite Maßeinheit. Wenn es um Einwohner geht, ist immer NRW die Maßeinheit. Das ist ganz schön groß. Das wird, glaube ich, ganz schön geil. Das wird geil. Da habe ich richtig Bock drauf. Am 14. und 15. September. Und ich kann euch jetzt schon mal spoilern. Es wird auf der Toyplosion, nämlich in Kooperation mit Heo, wird es nämlich eine Tombola geben. Und da könnt ihr dann tolle Lose oder irgendwas erwerben in der Form. Die genauen Details erfahrt ihr aber noch. Und da wird es dann eine Auslosung geben. Eine Live-Auslosung auf der Bühne. Und Jannis, da werden zwei großartige Menschen dort moderieren. Und zwar wir beide. Ich freue mich wahnsinnig. Das wird geil. Wir rufen jeden auf die Bühne und fragen, weil er sein Lieblings-Superheld ist. Und dann entscheiden wir, wer mit ihm redet. Genau. Denkt da jetzt schon mal drüber nach, wenn ihr kommt. Ich glaube, die Auslosung wird am Sonntag erst sein. Ich weiß es nicht genau. Es kann auch an beiden Tagen sein. Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. Ich weiß auch nicht, ob die Planung da schon hundertprozentig steht. Aber schaut auf jeden Fall mal auf der Toyplosion-Homepage vorbei. Es gibt auch noch Karten. Also für Sonntag gibt es auf jeden Fall noch Karten. Jannis und ich sind beide Tage auf der Toyplosion. Ihr werdet uns also definitiv da irgendwie erwischen, wenn wir nicht gerade irgendwie im Studio zu tun haben. Und ja, schaut auf jeden Fall vorbei. Alle Informationen zu Heo und zu der Toyplosion habt ihr unten in den Shownotes. Oh ja. Kommt alle. Werbung zu Ende, Jannis. Ja, super. Wir müssen jetzt mal ganz kurz nochmal weg von Star Trek. Wir haben uns da ein bisschen festgebissen. Nee, finde ich gut. Ist okay. Wir müssen nochmal zu... Wir müssen ja... Die Welt ist ja noch viel größer. Ja, vor allen Dingen, es ist ja auch gerade wieder so viel passiert in der einen Woche zwischen Folge 4 und Folge 5. Das ist wahr. Was Fortsetzung angeht. Also du hast ja schon gesagt, The Crow kam in Teaser mit einer Fortsetzung. Dann Alien Romulus. Aber das ist ja keine Fortsetzung. Das ist ein Reboot. Ja. Aber Alien Romulus. Genau, das stimmt. Habe ich richtig abgefeiert. Sagen wir eins kurz. Aber Jared Leto ist nicht dabei, ne? Diesmal. Weil du gesagt hast, weil du letztes Mal gesagt hast, Jared Leto... Der taucht überall auf. Darauf würde er jetzt nicht mehr... Ja, bei diesen ganzen Science-Fiction-Dingern sieht man den immer irgendwo. Und ich will den nicht nochmal irgendwo sehen. Der geht mir auf den Sack. Nee, Jared Leto ist nicht dabei. Dann ist ja gut. Nein, nein, nein. Dann bin ich schon beruhigt. Das reicht mir schon. Ich glaube, es sind gar nicht irgendwelche super bekannten Leute dabei. Hoffentlich. Ja, super. Das ist manchmal eine ganz gute Idee. Zum Beispiel auch, wo ich auch sagen muss, wo ich denke, da hätten sie auch gerne aufhören können. Das ist jetzt auch kein Film, aber Stranger Things, Gott sei Dank. Die erste Staffel hat mich richtig abgeholt. Die erste Staffel war super. Und dann hätten sie nach der zweiten spätestens sagen können, ach komm lass. Also das ist zum Beispiel auch was, wo ich so denke, also ich habe es mir noch angeguckt und ich war auch noch amüsiert und so. Es ist noch nicht so schlimm, dass es mir den ganzen Rest der Serie killt. Ja. Weil das war zum Beispiel bei Game of Thrones so, wo ich gedacht habe, oh geil, bis zu einem Punkt und dann wurde es richtig schlimm und die letzte Staffel hat es für mich so in die Grütze geritten, dass ich gesagt habe, ich kann die ganze Serie nicht nochmal gucken. Die nehme ich nicht nochmal in die Hand. Ihr habt mir das richtig kaputt gemacht. Und das ist bei anderen Fortsetzungen übrigens auch so, dass ich manchmal denke, mach doch nicht das kaputt, was ihr aufgebaut habt. Ich glaube, das liegt daran, weil solche Fortsetzungen, also auch bei Stranger Things ist es ja zum Beispiel so, da war es ja nie geplant, dass, wie viele sind es jetzt, fünf Staffeln oder noch mehr? Ja, du kannst sie halt nicht mehr als Kids verkaufen, es geht nicht mehr. Das zum einen und zum anderen ist es so, ja, wenn etwas einen riesen Erfolg hat, dann kann man es auch gerne einfach mal so stehen lassen. Ja, und das kann ja auch die Geschichte einfach stehen lassen. Ja, genau. So, also ich hätte jetzt zum Beispiel, kommen wir zu Star Wars wieder zurück, du hast dann die Prequels bekommen und mit denen war ich nicht so happy. Das Witzige ist, dass sie über die Zeit, die mir jetzt auch eher besser geworden sind. Ja, einfach weil sie eine schöne Backstory dann mit Clone Wars und so, super Idee. Ja, finde ich auch. Finde ich auch. Und das ist, weißt du, damit habe ich so meinen Frieden geschlossen. Und ganz kurz noch ein Satz dazu. Weißt du, was total witzig ist, dass ich auf TikTok dazu tatsächlich jetzt so Kurzvideos sehe, wo Leute, die so Ende 20 sind und so, dass die jetzt sich total darauf freuen, weil die das damals, die haben den selben Effekt wie ich. Ich habe ja die erste Trilogie nicht im Kino gesehen und habe mich damals, wo die noch mal dann zum, noch mal ins Kino kamen, richtig drüber gefreut. Wie geil war das bitte? Wie geil war das? Ja. Und die haben jetzt den gleichen Effekt mit den Episode 1 bis 3. Die freuen sich total darauf. Ich freue mich, dass sie sich freuen. Ich freue mich mit denen mit. Ich finde das super. Ich habe eine tolle Beleidigung gehört übrigens. Ich kann nicht mit dir reden, du hast so ein TikTok-Gehirn. Ich weiß genau, was damit gemeint ist. Und alle wissen genau, was damit gemeint ist. Ja, ich weiß genau. Ja, 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 ja. So, aber was ich dann sagen wollte ist, so, und dann hatte ich so meinen Frieden damit irgendwie geschlossen. Es war halt alles, Prequel war von daher für mich einfach so enttäuschend, weil als ich Star Wars gesehen habe, die ersten, also die Original-Trilogie, war es halt so, dass es seit Ewigkeiten keine Jedi gibt und alles und auf einmal erfährst du, nee, das ist nicht mehr 20 Jahre her, dass es Jedi gab. Ja. Ne, und alle sind aber so, hä, was bist du denn? Und jeder müsste aber noch wissen, ne, also das war so ein bisschen, dass auf einmal dieser Zeitraum so klein geworden ist und das fand ich so ein bisschen schade. Und dann hast du die Sequels bekommen, dann hast du Force Awakens bekommen und warst so, wow, ist das alles, das ist ja alles total in den Arsch gegangen. Ja. Das ist ja furchtbar. Ich war, ich war nach Force Awakens, war ich schon so deprimiert, weil ich gedacht habe, Mann ey, Han Solo hat seinen Falken irgendwie verbaselt und ist immer noch als Schmuggler unterwegs, immer noch mit seinem alten Kumpel Chewie und hat es zu nichts gebracht. War zusammen mit Prinzessin Leia, ging komplett in die Asche. Ja. Alles war, alles ist schlimm, er ist ein Versager und ich denke, also dafür muss ich hier ins Kino gehen, um zu sehen, wie das Alter dich kaputt macht. Ja, Force Awakens. Alles verdirbt. Das war halt, ich fand die Grundidee gut. Ja. Ich mag auch Rey total gerne. Ja. Also ich finde, Rey ist ein Charakter, mit dem man echt viel hätte machen können. Ja, ich fand die Idee auch gut. Ich fand gut, dass du Finn hattest und hatte gehofft, du kriegst was aus der Sicht des Stormtroopers, was mich total interessiert hätte. Da gab es dann ja überhaupt nichts von und Finn als Charakter ging ja auch komplett die Toilette runter. Leider. Finn wäre ein Charakter gewesen, den ich gerne in der Serie gesehen hätte. Ja. Also da hätte ich gerne gesehen, dieses ganze Ding, was sie bei Endor auch gemacht haben, wie sieht das eigentlich, wie sieht eigentlich das normale Leben aus? Ich hätte mir das gut vorstellen können mit Finn, der irgendwie aus einer idealistischen Idee raus zur Armee geht und weißt du so, da den Stormtrooper bei. Ja, oder gezogen wird und Gehirnwäsche und was weiß ich. Also richtig die ganze Rutsche. So und das wäre sicherlich eine coole Geschichte gewesen, aber die Idee ist dort komplett verblasen worden. Ja, ist verblasen worden, absolut. Dann fand ich das bei dem Film halt auch noch Mist, dieses Ganze mit dem, Adam Driver ist so ein guter Schauspieler, aber den zu nehmen für so einen, ich meine der war perfekt für die Rolle auch optisch, aber den zu nehmen als so ein Emo Darth Lord, Sith Lord, der eigentlich die ganze Zeit nur Daddy-Issues hat und das hat mich, das fand ich furchtbar. Ja. Ja, das ist halt so ein Beispiel für, wir wollen unbedingt eine Fortsetzung machen und das war ja auch so ein Ding, was ja auch durch mehrere Hände ging. Ja, absolut. Also diese ganze Idee dahinter. Das ist halt schwierig, also mich hätte interessiert, wie ging es weiter nach Return of the Jedi und da war es halt so, als dann die erste Mandalorian kam, war ich so, oh, was für eine Offenbarung. Ja. Gott sei Dank, warum habt ihr das nicht als Film gemacht? Warum ist, genau, warum nicht das von vornherein erzählen? Ja, absolut. Und mit Ahsoka ist es halt genau, Ahsoka ist eigentlich die Fortsetzung, die ich damals hätte sehen wollen und nicht 7, 8, 9, wobei 7, 8, 9 wird ja jetzt auch rausgenommen. 7, 8, 9 wird ja jetzt rausgestrichen. Weiß ich nichts von. Ja, das soll jetzt so ein Legend-See irgendwas werden. Legacy oder so ein, okay, I don't care. Ist ja auch egal, ich sage ja nur, wie es war und es gibt halt solche Fortsetzungen und solche Fortsetzungen und ich denke halt, dass sie sich hätten überlegen sollen, entweder wir entfernen uns ganz von der Original-Trilogie und erwähnen die Namen vielleicht nochmal, aber wir müssen sie jetzt nicht nochmal sehen. Also, weißt du, es ist einfach, die Zeit ist vorbei. Ja. Deren Zeit ist vorbei und vor allem, was ich halt so schön finde, ist, du hast es dann und die Story ist abgeschlossen, in deinem Kopf kannst du dir denken, was du willst. Ja. Und das ist dann halt ganz schön, wenn sie dann noch einen Teil sich irgendwie aus der Rippe leiern, dann ist es selten der Fall, dass es besser wird, gerade wenn so viel Zeit ins Land gegangen ist, wo du denkst, nach Return of the Jedi warst du noch so, oh geil, hoffentlich kommt, vielleicht kommt jetzt bald nochmal eine neue Trilogie. Oder wie geht es jetzt weiter mit Luke Skywalker? Oh, ist das so spannend. Wie geht es denn weiter, ne? Und du hast jahrelang darauf gewartet, dass da irgendwas kommt und dann werden die Prequels angekündigt und du denkst, ja, aber was ist mit Luke Skywalker? Was ist denn mit Luke? Wie geht es denn weiter mit Luke? So, nee, so. Und Boba Fett ist geil. Hier ist er als Kind. Viel Spaß. Es gibt übrigens eine Fortsetzungsreihe, die auch in den 80ern angefangen hat, wo das nach dem, also mit dem zweiten und dritten Teil immer besser geworden ist und zwar Mad Max. True. Der erste Mad Max Film war quasi ein B-Movie, wie man damals immer gesagt hat. Super, der unterscheidet sich so gerbe von allem anderen, ja. Und was daraus entstanden ist, ist ja heute Popkultur-Geschichte. Also hat ja auch viel, viel getan. Sondern gerade auch der dritte Teil, jenseits der Donnerkuppel mit Tina Turner und so. Ja, aber ich möchte den zweiten kurz nochmal erwähnen, den zweiten, wo wir auf dem Schulhof, weil man den ja als, den durfte man ja noch nicht gucken, da waren wir ja zu jung für. Und dann die Geschichte von der Bumerang, der wollte ihn fangen. Alle Finger. Stimmt. Wie geil. Und alle so, wenn du den Film nicht gesehen hast, ich hab den damals nicht gesehen, wurden mir aber alles erzählt. Die geilsten Szenen wurden mir erzählt und ich war so, Alter, echt? Oh, wie krass. Ja, krass. Als ich die das erste Mal gesehen habe, war ich dann so, ach so, naja, so toll war es jetzt, also immer so schlimm. Aber im Kopf war das halt so ein Riesending. Ja, und dann Tina Turner im dritten, naja. Also der dritte war auch nicht schlecht. Ja. Aber der zweite ist schon der beste, oder? Der zweite ist aktuell der beste, finde ich. Also Fury Road möchte ich dazu nicht zu zählen, weil ich den richtig geil finde. Fury Road? Ja. Also das ist das, aber der Ring vom Universum. Genau. Das ist wieder der Punkt. Die haben es geschafft, aus Mad Max, was ja eigentlich ein Personenkult entstanden ist, haben sie es geschafft, ein Universum zu machen, was mit Fury Road total gut funktioniert hat. Das Verrückte ist, Fury Road ist übrigens auch so ein super Beispiel, Achtung, ich springe zurück an den Anfang, den ich gesehen habe und sofort geguckt habe, macht da eigentlich irgendwer Figuren zu? Höchste Zeit. Gibt es bis heute nicht. Ich möchte. Allein die Fahrzeuge und so. Ja. Es hat so viel inspiriert und es gibt ja so viele Sachen, die... Die ganze Figuren, die da aufgetaucht sind. Von Joy-Toy gibt es ja diese ganzen... Ja, Max und so. Ach so, diese apokalyptische Serie da. Ich komme jetzt auch nicht drauf, wie die heißen. Das ist ja total... Ja, das ist Mad Max. Das ist ja total schitterne hinter die eine, es weiß es auch nicht. Egal, jedenfalls. Nee. Jedenfalls. Ja. Nee, tatsächlich. Und jetzt kommt ja der neue Film, Furiosa. Furiosa, ja. Die haben es sogar geschafft, dann noch einen Charakter einzuführen, wo du denkst, oh, die ist aber interessant. Ja. Und dann könnte ich mir halt vorstellen, es könnte auch funktionieren. Warum nicht? Das ist total geil. Weißt du, was vor allen Dingen das Interessante daran ist? Nein, was ist das Interessante? Also im Fury Road ist ja der Hauptdarsteller, ist ja... Wie heißt er noch? Wie heißt er noch? Nicht Butler, sondern... Warte, warte, warte. Ich habe den Namen. Tom Hardy. Tom Hardy. Oh, genau. Manchmal ist es so, du hast es auf der Zunge und dann... Clive Owen ist ein Name, der mir nie einfällt übrigens. Clive Owen, ja, mir auch nicht. Clive Owen, ich sehe den immer und denke, ich kenne den. Wie heißt er? Drei Stunden später. Und jetzt Tom Hardy. Tom Hardy ist einer der geilsten Schauspieler überhaupt für mich. Hat er auch super gemacht. Hat er super gespielt. Voll, voll. Aber sie war ja wohl der Knaller. Charlize Theron ist mein Schwarm. Ja. Ja. Leider jetzt in ihrer Prequel-Story wird sie leider ersetzt. Ja, genau. Durch Annie Taylor-Joy. Die aber auch ganz solid ist. Annie Taylor-Joy ist großartig. Hast du sie im Menuh gesehen? Den hast du mir gezwungen, dass ich mir den mal ansehe. Nein, nicht gezwungen, aber du hast darauf bestanden, dass ich den angucke, aber ich habe es nicht geschafft bis jetzt. Musst du unbedingt machen. Ja, ich weiß. Also wenn du, ja, weil das ist auch wieder so ein Film wie Poor Things, der einfach für sich komplett stehen kann und der auch einen Ansatz hat, der echt super krass ist. Super geil. Nee, aber das ist halt jetzt so ein Ding, jetzt haben wir dieses Universum und da können wir einfach Geschichten erzählen. Ja. Und wir können einfach neue Charaktere einführen und können deren Geschichte dann nochmal erzählen. Ja, die Welt ist interessant. Und das funktioniert. Sehr geschickt übrigens auch bei Walking Dead ist es so, dass du. Du hast beides, du hast Charaktere, die dich interessieren, aber du hast auch eine ganze Welt, in der du dich echt austoben kannst, was sie in der Serie dann auch machen. Ja. Ich bin, ich habe die Serie jetzt nicht viel geguckt, ich habe die Comics gelesen und mochte die ganz gerne und da ist jetzt aber auch so ein bisschen eine Müdigkeit, setze ich da auch so ein bisschen ein, weil irgendwann ist auch mal, ist mal gut so und wir haben es jetzt auch verstanden, die Bösen sind nicht die Zombies, sondern die Menschen. Wir wissen das. Jetzt wissen wir das, jetzt haben wir das verstanden. Jetzt wissen wir das, aber es gibt halt von allen möglichen Sachen, gibt es Fortsetzungen und es ist, wie gesagt, nicht immer eine gute Idee, weil meistens nichts Neues dazugefügt wird oder nichts, was dich interessiert. Stimmt. Das sage ich mal so. Das sage ich mal so. Ja, das ist... Behaupte ich mal. Ja, ja, das ist korrekt. Weil ich versuche, ich sitze hier die ganze Zeit und überlege, was war denn mal eine geile Fortsetzung nach 20, 30 Jahren? Ja. Wo war ich denn so, oh Gott sei Dank, dass sie das gemacht haben, super. Ach so. Mir fällt jetzt nichts ein, also selbst Blade Runner 2049 war okay, aber ich kann auch ohne ihn leben. Ja, das ist ja meistens so, dass bei Fortsetzungen ja häufig niemand danach fragt. Häufig. Ja. Also mir fällt jetzt spontan auch keine ein, wo ich die ganze Zeit gedacht habe, warum kommt da eigentlich nie eine Fortsetzung? Also weil, ich glaube, früher auch Filme nie darauf ausgelegt waren. Also heute ist ja der Cliffhanger, fast in jedem Film Cliffhanger. Ja, ja. Einfach in der Hoffnung, wenn das richtig gut läuft, dass wir dann nochmal einen zweiten Teil machen können. Ja. Aber ja, weiß ich jetzt auch nicht. Fällt mir jetzt gerade auch nicht ein. Übrigens, zum Abschluss nochmal ganz kurz eine ganz neue Art und Weise an Fortsetzungen ranzugehen, hat ja Marvel Studios gemacht. Und das muss ich auch ganz kurz nochmal sagen, MCU ist natürlich prädestiniert für Fortsetzungen. Ja. Weil Comics sind Fortsetzungen. Genau. Und das möchte ich tatsächlich schon mal so halbwegs für nächste Woche als Thema festlegen. Oh krass. Ich möchte nämlich gerne über Comicverfilmungen sprechen im Allgemeinen mit dir. Das war eine dicke Nummer. Ja. Aber also nicht nur MCU, wobei das MCU ist natürlich ein Riesenthema. Also man kann, glaube ich, über das MCU stundenlang folgen. Wir müssen aufpassen, dass wir uns da nicht so drin verlieren im MCU, dass wir die anderen Sachen da auch noch mitnehmen. Das ist kein Problem. Das kriegen wir. Das denke ich mal kriegen wir ohne Probleme. Da gibt es viele Sachen, über die man reden kann. Auch so dieses, was viele Leute sagen, ist so diese Müdigkeit, diese Superhelden-Müdigkeit. Ja, ja, ja. Deswegen ist das halt ein super Thema mit dem allgemeinen Superhelden-Film. Weil da gibt es nämlich auch Beispiele, die es einfach perfekt gemacht haben und Beispiele, die es komplett verkackt haben. Da gibt es so viel, so Comic-Verfilmungen, da gibt es ganz viele Sachen, die echt, wo ich mich ohne Ende darüber aufregen kann. Und weißt du, was auch interessant an Comic-Verfilmungen ist? Das ist häufig auch Comic-Verfilmungen, also es gibt viele Comic-Verfilmungen, von denen viele Menschen gar nicht wissen, dass es eine Comic-Verfilmung ist. Das stimmt. Und das war bei Watchmen übrigens damals auch so. Ich wusste damals nicht, wie ich den Film das erste Mal gesehen habe, dass das eine Comic-Adaption ist. Und das ist shame on you. Das ist echt shame on you. Ich habe Watchmen erst nach dem Film, dem habe ich erst den Comic gelesen. Es gibt Road to Perdition, ist auch ein Comic gewesen. Das hast du auch nicht. Der ist im Kino, kam da raus und keiner wusste, dass es daher kommt. Krass. Aber das war ein Comic ursprünglich. Und es gab ja auch den, wie hieß der denn noch, mit Viggo Mortensen, der von der Mafia verfolgt wird und die dann, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, hat Roger Coman-Ding gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Das war auch eine Comic-Vorlage dafür. Und das Comic war ganz geil. Ja, da können wir echt drüber reden. Ich bin echt von vielen Comic-Verfilmungen sehr enttäuscht. Ja. Auch heute noch. Da werden jetzt alte Wunden aufgerissen. Also die enttäuschende Folge nächste Woche. Ja. Nein. Also nächste Woche sind wir dann mit dem Thema Comic-Verfilmung am Start. Ich glaube, wir sind mit Fortsetzungen auch nicht fertig. Irgendwann kommt das auch nochmal wieder hoch. Nee. Also es kommt ja immer mal so aktuell, wenn wir wieder was hören. Ja, ja, ja. Das auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Es war aber auch ein ganz gutes Thema, weil halt gerade so viele Fortsetzungen am Start gebracht wurden. Ja. Und Reboots. Und das ist ja wieder alles. Wir leben ja in einer Reboot-Fortsetzungswelt irgendwie gefühlt. Also Dune ist ja jetzt auch gerade schon wieder ein heißes Thema. Das ist ja auch ein Reboot. Alles wiederholt sich, ne? Ja, ist ja auch ein Reboot. Du hast recht. Gefühlt, wir haben das, das ist auch so lustig, wir haben das ja auch schon mal im Cave-Doc festgestellt, dass sich quasi unsere Jugend popkulturell komplett wiederholt. Also jetzt auch in der letzten Folge, da haben wir wieder ganz moderne Figuren ausgepackt, was aber komplett aus meiner Kindheit ist. Und es läuft wieder X-Men Animated, ne? Sag ich nur mal. Und es läuft wieder X-Men Animated, da möchte ich, das ist nämlich der Punkt, weswegen ich nämlich auch mit dir über Superhelden-Adaptionen reden möchte, weil ich das nämlich fantastisch finde. Und das war auch ein Thema, was wir uns überlegt haben, Live-Action, da müssen wir auch nochmal drüber sprechen, weil da habe ich auch echt ein Problem. Ja, vor allen Dingen werden wir dann nächste Woche die Frage klären, ob Comic-Verfilmung Live-Action ist. Good point. Sehr gut. Ja, da werde ich mal drüber nachdenken. Denkt da mal drüber nach. Ganz aufgeregt komme ich dann wieder rein und sage, ist das unser Thema? Mal sehen. Ja, alles klar. Ich fand es super, wie du vorhin reingekommen bist und nicht mit mir reden wolltest. Ja, weil ich so aufgeregt war, weil ich gedacht habe, nee, ich muss ihm sagen, dass ich poor things gesehen habe. Ja, sehr gut. Hatte tief in mir drin, habe ich gehofft, dass du es auch schon gesehen hast. Ich habe es komplett vergessen, weil ich war so im Baldur's Gate drin. Ich war in meiner Halbhochelfin. Das hört sich komisch an. Du warst in deiner Halbhochelfin? Okay. Ja. Hochinteressant. Ja, du hast mir ja alles über sie erzählt schon. Es ist ja ein Thema, das wir auch irgendwann mal behandelt werden, Rollenspiele, ne? Ja. Einfach, weil ich das auch so cool finde. Da habe ich jetzt schon den Folgentitel und damit beende ich diese Folge. Der Folgentitel dazu wird nämlich heißen, geile Rollenspiele. Round one, fight! Ja. Verse Nummer. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.